Hm, moine Gamer und der Rechte, herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Let's Break of Legends. Ja, ich bin hier in einem Ranked Game auf meinem Main Account. Ja, ich hab da jetzt einen anderen Namen, aber ja, der ist jetzt nicht so der tolle Name, aber ist ja auch relativ egal, was ich für einen Namen hab. Und ja, wir spielen halt wieder Botlane und ich hab das Spiel mal auf Deutsch umgeschaltet, also werdet ihr gleich die ganzen deutschen Begriffe sehen, deswegen steht hier jetzt ja auch durchgeknallter Six. Also, das kann ganz lustig werden mit den deutschen Begriffen, weil ich ja sonst nur auf Englisch gespielt hab und ich hatte mal Bock, das auf Deutsch umzuschalten und mal zu gucken, wie sich das dann anhört, was die Champions so sagen und so. Deswegen dachte ich mir, mach ich dat mal. Und ja, das kann sein, dass das ein geschnittenes Video wird, also dass ich die besten Szenen sozusagen rausschneide und ja, dass es ein bisschen angenehmer zum Anschauen ist, dass es nicht das volle Gameplay ist. Ja, wie ihr seht, ich hab jetzt vielleicht auch keine Cookies, weil ich hab 18-0-12 Masteries, also nicht 18-12-0, damit ich ein bisschen defensiver stehe. Das hab ich jetzt mehrmals auf Ash ausprobiert und es ging eigentlich mal ziemlich gut. Und da hab ich mir gedacht, mach ich dat auch weiterhin so. Ja, hier mal ein bisschen Disco-Party-Party machen. Komm. Er ist einfach so nice. Kommt Six auch noch dazu? Ach, die Vasallen sind erschienen. Die einfach mal wieder hochheert. Okay, Lee kommt. Erstblood. 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 Oh, schade, hätte er das getroffen. Das wäre sick gewesen. Ja, wenn Soraka ihre Q auf Full Range macht, dann kann man es eigentlich immer noch relativ gut dodgen. Well played. Nein! GG, sie hat auch hier. Oh mein Gott. Okay, hat er. Nächstens haben wir einen guten Split-Push mit 6. Bitte, bitte dash jetzt nicht über die Minions. Jetzt slow ihn. Und rein. Zack. Nochmal. Zieh ihm eins rüber. Haben wir. Oh, oh, oh. Ah ok, die Wand auf Nice Get sniped Get sniped Oh, drop Oh Als ob Ha What the fuck war das? Er ist Support und rasiert einfach alle weg Oh Abbruch Abbruch Was ich auch so komisch fand, dass einfach die Flex Queue auf deutsch Flexi Queue heißt Nice Ok Ok Nice Ok Ok, die wird so alt Ok Ok Dann schau Digit Nice Dreifach Tötung GG Ja, ich würde dann sagen, das war es mit der Runde Ich hoffe es euch gefallen, wenn sie euch gefallen hat, zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben Und schaut doch öfter mal auf meinem Kanal vorbei Das würde mich sehr freuen Und ja, das war es dann von mir Tschüss und bis nächstes Mal